Parivritta Samakonasana ist die Grätsche im Sitzen im Drehen oder auch die drehende sitzende Grätsche. Du gibst die Beine so weit auseinander im Sitzen und es gibt dort mehrere Variationen. Die eine Möglichkeit wäre, du drehst dich nach links und dabei gibst du die rechte Hand an die Außenseite des linken Oberschenkels. Du hältst die Wirbelsäule ganz aufrecht, die rechte Hand an die Außenseite des linken Oberschenkels und die linke Hand an die Innenseite des rechten Oberschenkels. Und so kannst du dich wunderbar drehen und gleichzeitig vom Bauch her öffnen. Eine weitere Möglichkeit ist, die sitzende Grätsche mit Vorwärtsbeuge zu verbinden. Du beugst dich über ein Bein, zum Beispiel über das linke Bein und gibst dabei die rechte Hand an die Außenseite des linken Fußes und schiebst die linke Hälfte des Brustkorbs nach vorne. Den rechten Arm kannst du dabei entweder nach vorne geben oder an die Innenseite der Hüfte. So bist du gedreht, Parivritta, in Samakonasana. Du siehst als Hintermutter gehst du wunderbar. So bist du da gut, stellst dennst du Gesichtskont完ett? So bist du denn da gut, gelatst du mechanic? So bist du eines lege, als du an die Erta deprimierst du Unaisto unserer Beinzeit des Wombers, herzlichst du hier, ist das dein Eihe. Wenn du unter Athlet sein kapitel6st auf vu선s Auto passen, Aber die Tietste des Womberschenkels und verbinden und Independen Nearen kommen schon tw XL negatives